hallo ich begrüße euch ganz herzlich wir machen jetzt eine halbe stunde etwa nackenschule und dafür stellt ihr euch hüftbreit hin und wir fangen an mit beiden schultern erst mal rückwärts zu kreisen zieht die schultern vorne weit hoch nach hinten unten und wieder weit hoch das könnt ihr mit der atmung verbinden dass ihr mit der ausatmung nach hinten unten schiebt und mit der einatmung vorne hoch zieht dann legt ihr beide hände auf eure schultern kreist weiter rückwärts und zwar kommen die arme dicht am ohr vorbei ihr kommt wieder weit vorne hoch dicht am kopf vorbei und eng nach hinten mit der ausatmung runter und ein atmend hoch gut noch einmal und dann bereitet ihr eure arme zur seite aus lange arme ellbogen gestreckt und ihr dreht die arme einwärts so weit wie es geht richtig die schultern ausbringen und auswärts drehen auch so weit wie möglich einwärts und aus ihr nehmt den kopf mit beim einwärts drehen neigt ihr den kopf nach vorne mit der einatmung kommt ihr hoch kopf hoch arme auswärts drehen und wieder einwärts mit der ausatmung und nach oben einmal noch einwärts drehen und auswärts ihr kommt mit dem kopf zur mitte die handflächen bleiben nach oben gerichtet und dann nehmt ihr beide arme weit nach oben faltet eure hände dreht die handflächen nach außen ihr nehmt euer gewicht mehr auf den rechten fuß neigt den oberkörper nach links nur so ein bisschen der zug geht mehr nach links oben ihr braucht euch jetzt nicht so weit zur seite zu neigen sondern es geht darum dass wir unsere flanken weit machen nochmal tief durchatmen und einmal die andere seite linke fuß steht oberkörper geht nach rechts und ihr kommt wieder zur mitte zurück und lasst die arme locker locker gut als nächstes nehmt ihr den rechten arm um den kopf und neigt euren kopf zur seite das rechte ohr will zur schulter und ihr braucht da gar nicht viel dran zu ziehen legt die hand einfach locker auf den kopf und lasst euren linken arm entspannt ihr bleibt einfach so atmet gleichmäßig und dann fangt ihr an bei der nächsten einatmung eure linke schulter hoch zu ziehen ganz weit Richtung ohr mit der ausatmung runter schieben bis zum boden weit runter einatmend wieder hoch und ausatmend runter einmal noch nach oben ziehen und ihr schiebt runter schulter weg vom ohr winkelt die hand noch an die handfläche zieht Richtung boden da bleibt dann neigt ihr euren kopf etwas nach vorne das kinn zeigt dann eher nach links unten ganz gleichmäßig weiter atmen und ihr kommt langsam zurück löst die hand die linke schulter ganz locker gut die andere seite linke arm kommt einmal um den kopf wir neigen den kopf nach links und der rechte arm bleibt jetzt einfach entspannt und bei der nächsten einatmung zieht ihr eure rechte schulter nach oben und ausatmend wieder nach unten schieben Richtung boden einatmend hoch und wieder weit nach unten macht euch richtig lang da oben rechte halsseite viel platz zwischen schulter und ohr einmal noch die schulter hoch und jetzt zieht ihr nach unten mit der ausatmung bleibt unten winkelt die hand nach oben an die handfläche will richtung boden ziehen ihr neigt den kopf wieder etwas nach vorne das kinn dreht etwas nach rechts unten und dann spürt ihr vielleicht mehr dehnung hintere schulter oder hoch in den nacken vielleicht merkt ihr auch was über der schulter und kommt langsam wieder zurück wieder lösen gut kreist die schultern noch mal ganz locker bewegt den kopf einfach leicht von rechts nach links lockere bewegung ohne viel kraft gut wir nehmen beide hände hinter den kopf faltet die hände ellbogen sind weit und ihr gebt euch jetzt selbst etwas widerstand drückt mit eurem kopf gegen eure hände die hände bleiben stabil also ihr gebt da nicht nach achtet darauf dass der nacken schön lang ist also nicht dass ihr euch jetzt so zusammenschiebt und dann anspannt sondern wirklich euch vom scheitel schön hoch zur decke zieht und dann die spannung aufbaut kurz spannung halten und jetzt lasst ihr eure hände gewinnen ihr kommt mit den ellbogen vor und schiebt den kopf nach vorne unten das kinn Richtung brustbein vielleicht habt ihr dehnung im nacken und jetzt gewinnt der kopf ihr schiebt mit dem kopf nach hinten die hände lassen etwas nach ellbogen weit einatmen und mit der ausatmung wieder nach vorne runter schieben der kopf gibt nach und einatmend zur mitte gut da bleibt nochmal und lösen nehmt ihr die hände runter gut dann gehen wir jetzt in den vierfüßler stand gut gut ihr nehmt die hände unter die schultern knie sind hüftbreit und ihr macht den rücken rund und einmal nach unten durch bewegen kopf in den nacken und wieder rund werden kinn richtig zum brustbein und wieder in die andere richtung und wenn ihr so ein bisschen durch hängt und den kopf im nacken habt dann nehmt eure augen auch mal mit dass ihr richtig hoch schaut als wenn ihr euch selbst hinter die stirn gucken wollt und wieder rund noch einmal in die andere richtung wieder die augen hoch und ihr schiebt euer kinn nach vorne schiebt den unterkiefer vor und wieder locker ihr bleibt rund im rücken kommt mit dem po nach hinten rechts und schiebt den linken arm weiter vor den kopf könnt ihr einfach hängen lassen macht eure linke seite weit dann kommt ihr wieder nach oben zur mitte mit rundem rücken nach hinten links den rechten arm vorschieben vielleicht ist der kopf schon weit auf dem boden dann lasst den einfach liegen ansonsten lasst ihr den locker hängen atmet schön rein in die rechte seite und ihr kommt wieder nach oben gut gut jetzt nehmt ihr eure knie etwas weiter auseinander die rechte hand kommt mehr in die mitte und ihr dreht euch zur linken seite auf nehmt den linken arm hoch und schaut hinter der hand her ja die obere hand die winkelt ihr auch an handfläche zeigt nach oben und dann kommt ihr zurück und schiebt euren linken arm unten am boden entlang sodass ihr auf eurer linken schulter landet und dem kopf und dann den rechten arm hoch nehmt das ist eine ganz schöne mobilisation für den übergang von der halswirbelsäule zur brustwirbelsäule da kommt man sonst nicht so gut hin mit übungen und hier die erwischt ist ganz schön ihr dreht euch wieder zurück machen wir einmal die andere seite linke hand kommt mehr in die mitte und dann geht es nach rechts oben die obere hand wieder zur decke zeigen lassen ganz gleichmäßig weiter atmen und einmal zurück drehen rechte arm schiebt am boden entlang ihr landet auf der schulter und dem kopf linke arm kommt hoch und wieder zurück drehen gut wir kommen jetzt in die rückenlage stellt eure beine erstmal an die füße sind auf der matte und ihr kippt euer becken und rollt euch auf nach oben rollt euch so weit dass der nacken ganz flach auf der matte liegt einmal tief durchatmen und dann rollt ihr euch wirbel für wirbel wieder zurück und noch einmal nach oben ihr bleibt oben nehmt beide arme gestreckt hinter den kopf versucht die arme möglichst flach abzulegen der nacken liegt flach einmal tief in den bauch atmen und dann mit der ausatmung wieder wirbel für wirbel zurückrollen und ihr lasst eure arme flach auf der matte manchmal wollen die dann so ein bisschen mitkommen oder die hände lösen sich schon vom boden und da versucht ihr aber gegen zu halten und auch jetzt den lendenbereich mal flach ablegen und dann wieder lösen und ihr wollt euch noch ein letztes mal hoch tief einatmen faltet mal eure hände dreht die handflächen nach außen und rollt jetzt noch mal ab schön langsam wirbel für wirbel mit der ausatmung runter lendenbereich stück für stück nach unten gut und ihr lasst los nehmt die arme nach unten holt eure beine zu euch ran und rollt euch von rechts nach links und dann rollt ihr euch jetzt gleich noch weiter also ihr kommt richtig weit zur seite bis der kopf über unten dreht zur anderen seite schaut schön über den ganzen rücken drüber den kopf noch weiter drehen bis ihr wieder in die andere richtung guckt noch einmal die andere seite und dann bleibt er in der mitte setzt die füße ab ihr streckt die beine lang und dann kommt ihr jetzt gleichzeitig mit der lendenwirbelsäule und dem nacken flach zum boden und wieder lösen und noch einmal runterschieben versuch die ganze wirbelsäule nach unten zu bringen möglichst flach auf die matte und wieder locker gut gut die beine wieder anstellen ihr breitet eure arme aus schräg nach oben zur seite nehmt das rechte bein übers linke und ihr pendelt von rechts nach links und euren kopf den nehmt ihr entgegengesetzt sind die beine auf der rechten seite geht der kopf nach links und umgekehrt ganz locker schön durch bewegen und dann bleibt ihr mit euren beinen auf der linken seite liegen lasst den rechten arm möglichst nah am boden wenn jetzt die schulter sich löst das ist nicht so schlimm probiert auf jeden fall mit der hand also mit dem handrücken und dem handgelenk zum boden zu kommen dann atmet schön in die gedehnte seite ihr kommt wieder zurück wechselt das andere bein nach oben und pendelt erst wieder ganz locker hin und her der kopf entgegengesetzt zu den beinen und ihr bleibt auf der rechten seite unten kopf dreht nach links der linke arm liegt möglichst flach am boden kopf dreht nach rechts er kommt wieder zur mitte Die Füße sind nebeneinander. Nehmt eure Arme runter und streckt die Beine aus. Ihr bleibt einfach locker liegen und rutscht mit eurem Kopf in die Überstreckung. Der Kopf hat die ganze Zeit Kontakt mit der Matte. Ihr müsst ihn nicht anheben. Das Brustbein schiebt sich hoch und ihr schaut einfach, was hinter euch los ist. Und dann rutscht ihr wieder zurück und macht euren Nacken ganz lang und flach. Der möchte am liebsten zum Boden. Und noch einmal in die Überstreckung. Einmal durchatmen und wieder zurückrutschen. Gut. Ihr holt euch die Knie zum Bauch, legt die Hände auf die Knie und kreist mit beiden Knien in eine Richtung. Lasst euren Unterkiefer entspannt. Dann spürt ihr auch gut, wie sich die Bewegung vom Becken bis nach oben zum Kopf fortsetzt. Der Unterkiefer darf ruhig ein bisschen hängen. Ihr könnt durch den leicht geöffneten Mund atmen. und einmal in die andere Richtung. Das macht eine ganz kleine Bewegung in den kleinen Kopfgelenken. und das sorgt für Entspannung im Nacken. Gut. Jetzt zieht die Knie zu euch. Rollt euch nochmal ein. Rollt euch nochmal ein. Die Stirn, die möchte zu den Knien. Und wieder öffnen. Setzt die Füße ab. Streckt die Beine aus. Ganz locker lassen. Dann atmet noch ein-, zweimal tief durch. Und kommt dann über die Seite hoch zum Sitzen. Ja, das war's für heute. Tschüss. Ich höre dir. Schau.